Eins geht. Warte, ich glaub das steckt zu fest. Nicht einmal. Jawohl und damit herzlich willkommen meine liebe YouTube Community. Ich bin's, Freudenstein Peter. Der Peter zog heute mit Syvelster Späßl am 1.1.2019. Und ich filme einfach mal ein bisschen. Warte ein wenig bis der Rauch weg ist und das Glück skaliert. Ja man zieht sie überall. Naja vielleicht nicht. Und die nächste. Und. Jawohl. Jawohl. Mal vielleicht eine große Abwechslung. Das war jetzt auch der Kleine. Warte mal. Was tust du denn du? Das ist so stupid. Nein das geht nicht runter. Erstrum. Und die Rakete hebt ab und. Und 2019 herzlich willkommen hier aus Ebensee. Liebe Grüße hier aus Ebensee. Ich wünsche meinen lieben YouTube Kollegen. Und auch meiner lieben YouTube Community. Hier meine lieben. Äh. Meine lieben. Fange meine ein. Prosit. Neujahr. 2019. Wuhuuu. Wir haben es geschafft. 2018 ist nun endlich vorbei. Mittlerweile bin ich fast ein Jahr auf YouTube. Fast aber nur. Und. Ähm. Tja. Man sieht es hier drüben auch. Ähm. Ja. Das hier. Die hier gerade schießt. Das ist meine Schwester. Meine große. Und. Rakete hebt ab. Und. Wir lassen sie starten. Und. Wir legen los. In 3. 2. 1. Und die Rakete ist weg. Und. Wir lassen sie starten. Und sie. Explodiert. Jawohl. Ja. Meine liebe YouTube Gemeinde. Ich hoffe ihr hattet ein wunderschönes Jahr. 2018. Aber mittlerweile haben wir nicht mehr 2018. Nein. Wir haben mittlerweile 2019. Wuhuuu. Und ich hoffe. Liebe YouTube Gemeinde. Liebe Fangemeinde. Dass ihr das Jahr 2019 recht herzlich begrüßt. Und. Ich hoffe es passiert nicht viel Schlimmes. Ich hoffe euch passiert viel Glück. Und Gesundheit. Und. Ja. Ich lasse euch jetzt einfach mal. Und rede nichts mehr dazwischen. Ich gebe jetzt an das Handy weiter. Meine liebe Schwester. Und die wird dann mit mich weiterfilmen. Oh ey. Da geht es heute zur Sache. Ja. Man hört es. Und die nächste. Und. Und sie ist unterwegs. Zum Himmel. Und da ist sie in Rot natürlich. Und da kommt dann auch schon die nächste. Warte. Warte. Wenn du eine reinbringen hast. Oh. Ja eine. Die kann man nicht schießen. Weil da freig ich den da. Achtung. Und wir heben ab. Ja. Das mit dem Reifen ist nicht so schön. Ich weiß. Aber man sieht. Ein wenig. Ja. Jetzt müssen wir kurz warten. Die hat nichts mehr. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich mag das gescheit filmen. Warte mal. 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 Das ist hier. Ist eine Rakete. Und. Und. Angezündet. Und. Wir gehen wieder ein paar Meter zurück. Und. Warte mal. Warte mal. Jawoll. Sie hebt ab. Und. Jawoll. Die letzte. Und das ist die letzte von meiner Schwester. Und dann zeige ich euch noch ein paar Böller. Vielleicht den Stern. Ja. Filmen wir wieder mal. Eine Nahaufnahme. Warte mal. Achtung. So. Das ist jetzt. Eine Nahaufnahme. Wieder mal. Und. Das war schon die letzte Rakete. Aber noch nicht für heute. Heute ist. Feiern wir das Jahr 2019. Und. Jetzt geht es weiter mit ein paar Schweizer Krachern. Und sonstigen Kleinkram. Mal schauen was wir finden. Zuerst noch. Aber das seht ihr auch gleich. Komm Schatz. Liebe. Gemeinde. Rein. Hoppen wir es. Machst du ihr das mal anschauen? 200 Knall Effekte? Nein oder? Interessiert eh keine. Interessiert eh keiner. Ist eigentlich alles für den Spaß gekauft. für nichts kauft China Böller hier haben wir ein paar China Böller das sind nicht so starke aber sind auch gut was haben wir hier noch was was gefallen ja was haben wir hier super Knallerbsen auch sehr gut kann man immer gebrauchen dann haben wir hier Kobold Snapper und da haben wir noch Blizzard Knaller aber da wir es jetzt ein bisschen krachen lassen wollen habe ich mir gedacht wir nehmen einen China Böller so wo haben wir ein Feuerzeug liebe YouTube-Komende das was ich mir mache so einen China Böller im Mund nehmen tut man normalerweise nicht aber meine liebe Fangemeinde ihr wisst ja 2019 ich werde 19 Jahre alt im Juli und ich baue Ihnen schnell ein Feuerzeug kann man kurz für bitte ein Feuerzeug geben nein ich wollte fragen um ein Feuerzeug bitte jetzt hat wieder keiner Feuerzeug tja